so ich sehe ihn schon den perfekten Apfel Gott ey der fährt jetzt nur noch hin oh scheiße was macht er denn we here at Gervisens promote family values to great families jawohl oh her ist der gelb oh ich habe die ganze pute sowohl sind da hinten ist der pizza ist doch hier oder jetzt geht es halt auf das muss doch hier sein oder ach so ich soll jetzt hier hinten rein und durch oder was es wird geil zum ernst so wie kam ich da durch ok ok so wie soll ich da durchkommen alter geschafft ganz lässig ey oh gott ja man pizza von der stimme her war das doch der andere andere tipp da ich sehe es doch schon kommen ja da ist er doch ich werde dich ich werde dich zu moderat repreist so zu 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 das sind sehr ein toller Laden aus dem nur bezahlen muss Ja, Mann. Die Brille haben wir nicht bezahlt. Hopf. Ich will etwas verabschieden. Lieber, es ist wirklich einfach. Du kannst zum Aquarium mit deinem Familie kommen, oder du kannst du nach Hause gehen. Komm schon, Vater! Was hast du für dich erwartet? die erbte ab aber warum will er nicht Prozent ins Aquarium zu stehen ganz man muss kommen schreiben No mehr nur das ist nicht wichtig auch so auch es ist um okay und ist er hat zu der liste questions wir hier für you jetzt sind teckens Oh, der Arne. Oh, was? Entschuldigung. Jawohl, nein. Gib her. Das schaffen wir. Das schaffen wir ganz sicher. Oh. Oh. You're in my bubble. Something smells fishy. You always say that. Oh. Haltet ich von ihnen fern. Oh. Oh. Es geht nicht. Haha. Ich bin dran. Ich bin dran. Schwimmig. Ne, wir sind nicht dieses scheiß Shop. Ne, wir sind nicht dieses scheiß Shop. Ich bin dran. Ich bin dran. Bitte, bitte etwas. Ich bin dran. Oh, Mann. Amazon Arcade. Ich muss da gehen. Du spielst genug Spiel. Warum nicht probieren... ... Das Welt der Kelp. Das klingt gut. Danke. Danke. Geht halt auf Seite. Ja, geschafft. Nein. Ja. Jawoll. Wie hört sich das an, ey. Als würde er kotzen oder so. Jetzt zähle ich mir alles. Was? Ich will den Hut, Alter. Hey kids, wanna learn about... Ah. Hey kids, wanna learn about Sharks? Welcome to the deep ocean. What wonders await you, Adonis. What wonders await you, Adonis. We'll get started. Ahem. You are now entering the deep ocean. Home to many strange and mysterious creatures. Hoffentlich müssen wir da hin. Daddy? Is that you? Yeah. I'm lost. How do I get out of here? Predators seek out the phosphorescent glow of their prey. Do you have what it takes to hunt in the darkness? I bet you don't. What now? Dad, can you imagine if there were bugs all around us right now? You wouldn't see them. They could be everywhere. Even your ears. Okay. Okay, übelster Brainfuck here. So, if you were a bigger fish, you would catch the smaller fish and then raise them to be big fish. Right? Are you gonna do a funny fish then? Like the snuggle fish? I'm getting out of here. Okay, slowly I got out of here. Okay, slowly I got out of here. Mom told us you two to go dancing but I don't know who you're going to do it right now. Congratulations Hunter, you have what it takes. Now take a shake light and descend. I can't see! Are there any more lights around here? Da hast du Was machst du denn Gummelt? Was ist denn das? Wie die alte Kleine neben der Tür, die in die Schuhe gläht in der Nacht. Was ist so dark down here? Oh Gott, was ist hier? Oh Gott.